Das könnte sowohl meine Existenz ruinieren, als auch, wie gesagt, meine Position der Parteien massiv schwächen. Wenn man in einer Gesellschaft keinen Konsens mehr darüber hat, was eigentlich ist, was passiert ist, was die Realität ist, dann hat man auch mit der Demokratie und dem Rechtsstaat einfach ein massives Problem. Die Problematik ist, dass man so einen Deepfake, was einmal verbreitet worden ist, kaum noch wieder aus dem Netz herausbekommt. Die Problematik ist, dass man so einen Teil der Welt verbreitet worden ist, dass man so einen Teil der Welt verbreite soll, dass man so einen Teil der Welt verbreitet wird,